Musik Mein Name ist Gerd Kothe, bin 52 Jahre und bin derzeit hier Leiter bei Ortsfeuerwehr Gebäudeswalde, in der freiwilligen Feuerwehr Gebäudeswalde. Musik Unsere Einsatzzahlen 2018 geliefen sich auf 87 Einsätze, davon waren 19 Brandeinsätze, der Rest technische Hilfeleistung bzw. Brandmeldeanlagen oder Sonstiges. Wir sind insgesamt 62 Mitglieder in der Feuerwehr, davon 47 Kameradinnen und Kameraden in der aktiven Abteilung. Wenn die Unterstützung von allen, die auf dem Markt sich beteiligen, recht groß ist, wird ja für uns eine Summe zusammenkommen. Wir haben schon Ideen, was wir damit machen. Auf jeden Fall wird davon etwas die Jugendfeuerwehr abbekommen für Einsatzbegleitung, also für Ausrüstung. Und der Rest der Summe wird auf jeden Fall auf das Feuerwehrvereinskonto überwiesen. Und wir werden eventuell davon wieder einen Tag der offenen Tür gestalten. Da haben dann wieder alle Bürger, Bürgerinnen der Stadt Gebäudeswalde und auch Gäste die Möglichkeit, daran teilzunehmen und wir können ein schönes Programm gestalten. Einer für alle, alle für einen, Feuerwehrwalt Gebäudeswalde! Hier nochmal der Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gebäudeswalde, Freunde, Bekannte, Urlauber, kommt am 12.04. auf den Marktplatz. Wir freuen uns auf euer Kommen, unterstützt uns. Vielen Dank! Danke! Woah!